Alter, was ist das denn? Ach quatsch, ich bin doch gerade... Da passiert auch nichts mehr. Boah, wie lame. Alter, kommt jetzt ein Rätsel nach dem anderen, wo ich hier irgendwie nicht mehr... Oder gibt es irgendwelche anderen Kombinationen noch? Die Oma noch übersehen sind. Mal gucken, nein, ich war ja überall. Hm. Ha! Cool. Ja, super, hat jetzt viel gebracht. Hat jetzt echt viel gebracht. Da habe ich jetzt mal zufällig was rausgefunden. Okay, dann in der Mitte kurz und dann das kurz. Das kann ich mir mal nicht merken. Ähm. Gut, ja. Ha! Wie zufällig cool das ist. Es ist ja da. Okay, jetzt werde ich mal werfen lassen. Mal gucken. Wirf! Hey, du... Alter, was muss ich denn überhaupt machen? Was, was ist denn mein Ziel? Äh, ich hab mal den laufen lassen wieder. Um den laufen zu lassen, muss ich... Äh, was muss ich denn mal machen? Äh. Das hier war werfen. Äh, um den laufen zu lassen, das war dieses... Boah, Hilfe! Eins lang. Äh. Ja. Da hinten. Da passiert jetzt auch nichts. Schade. Weil da voll ist. Das hier kann nicht weiterlaufen. Den muss ich weiterlaufen lassen. Wie hab ich denn das gemacht? Ne, hier. Das hier und dann das hier. Warte. Wäre super, wie hab ich denn den nochmal gemacht dazu? Äh, hier. Ja. So, dann hab ich den darüber. Dann werde ich den bewegen lassen. Das war... Äh, nee. Das war das hier. Hey, das war doch das. Alter. Das ist wirklich total schwierig irgendwie. Ach, das letzte! Oha! Ne, das war... Kurz und lang. Das war das, das eine, wa? Ne, das war der hier vorne. Das war der hier vorne. Gut, äh, dann muss ich das andere Bild. Gut, dass ich mir das fotografiert habe. Äh, das erste lang, das zweite lang. Ja, hab ich ja gemacht. Jetzt so. Ja, super. Aber was muss... Na, was muss ich denn machen? Wie kann ich den nochmal laufen lassen? Äh, das war... Kann ich den nochmal laufen lassen? Kann ich den nochmal laufen lassen? Ja. Nö, der läuft gar nicht mehr weiter. Ähm... So, jetzt sind wir wieder bei Anfang. Wie bewege ich den da hinten? Hm, ich weiß es nicht. Da, da, also lang, kurz, kurz. Lang, kurz, kurz. Dann wirft er. Aber dazu müsste der in der Mitte stehen. Aber wie kriege ich den denn in der Mitte hin? Das ist der da hinten. Das ist jetzt überhaupt nicht nervig, hoffe ich mal für euch. Das ist jetzt, also, klein und lang. Und das ist lang, lang. Das ist der, aber der macht jetzt auch wieder nichts, weil der dumm ist. Und das ist hier lang und lang und das ist ja halt der da hinten. Oder halt gar nichts. So, das ist der. Äh, ja, wie? Wie bewege ich jetzt die anderen? Ah, cool. Gut. Haben wir das. Äh, den werde ich dir mal werfen lassen, da unten. Werfen wir so. Lang. Kurz, kurz. Ja, bringt nichts, weil er da hinwirft. Ja, wie sei ich den denn? Moment mal, ich werde mal den da hinten laufen müssen. Müsste der sich da bewegen. Ja. Ja. Ja, Baby. Und jetzt werfen lassen, werfen lassen, werfen lassen. Oh nein, Würf. Gott verdammt. Würf. Hä? Hä? Oh nein. Das hat jetzt zu lange gedauert, oder was? Oder wie? Nein. Oh, das ist ja blöd. Nö, das ist also, das, äh, das kann sich ja nur um Stunden handeln, also, das ist hoffentlich nicht so schlimm hier. Wie bewege ich denn den Opfer jetzt da hinten, ey, das ist ja schon wieder ein Scherz hier. Dreckiges. Oh, du. Boah. Wie, wie mich das gerade ankotzt. Ja, der macht nichts. Ich glaube, ich muss mir jetzt mal aufschreiben, was, was ist und dann. Jedenfalls muss ich den von hier dann da hinten so laufen lassen, dass der dann da hängen bleibt. Genau. Und den werfen. Aber dazu muss ich jetzt den wieder hier rüber kriegen und den hier rüber und den hier runter. Und dann den wieder laufen lassen, dass der dann so rüber geht. Ähm, dazu muss ich aber erst mal gucken, wie ich den hier wieder zum Bewegen kriege. Ähm, jetzt habe ich gerade das Gefühl, dass der hier unten zwei Kombinationen hat. Ich drehe mal andersrum. Okay, äh. Warte mal, wie war das nochmal hier mit den ganzen... Oh. Autsch, auutsch, auutsch. Das lang, lang, das war dieses unten, glaube ich mal. Links kurz, rechts kurz. Oh, da habe ich auch noch eins. Links kurz, also links kurz, in der Mitte kurz. Das war ja das hier unten. Nur mal um das zu... Also um das klarzustellen. Links kurz, in der Mitte kurz. Naja. Ne, warte mal. Hä? Hä? Der hat zwei Kombinationen da unten. Oder wie? Okay, tut mir leid, Leute, ich bin jetzt wirklich verwirrt. Ich mach mal hier. Kurz und hier lang. Der hat... Ja! Jetzt den kurzen und den kurzen. Das ist der kurze da, wo er ist. Jetzt möchte ich den hier da überlaufen lassen. Äh, das geht mit einer Kombination, die ich gerade mal ausprobier... Ich mach mal den hier. Ich mach mal einfach mal den. Ich... Hab irgendwie schon gar kein System mehr. Ja, cool. So, und jetzt muss ich... den hier wieder... Weil das war... Das... Mann! Also... Weil das war... 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 Der Fallschub. Das war... Boah. Ey, das ist echt... Also... Kurz lang. Kurz, kurz, kurz... Kurz, lang, lang... Kurz, lang... Lang, lang... Kurz, kurz... Boah. Okay, das ist jetzt schon wieder weg. Ähm... Das ist der. Na, 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 na. Und lang, lang ist... Keiner vom Bein... Keiner vom Bein. Der da unten. Dann wird also... Ähm... Der hier theoretisch kurz... Lang... sein. Ja. Und jetzt... Nein! Keine Zeit verlieren. Schlag! Du Opfer! Ach, was ist das denn? Boah, ey... Boah, ey... Alles, wir spielen! Ab. Ball! Komm. Wir. Käeme. Wirklich wie es ist là... Wah... Wirklich... Tschüs. Vielen Dank.